Hallöchen! So, heute sind wir Neapel. Quatsch in Constable. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar, wir laufen heute nach Klöbhausen und dann nach Hörsdorf und wieder zurück. Das wird eine ganz romantische Tour hier in Sibirien. Es sind minus vier Grad aktuell. Ich denke, es wird noch kälter. Ja, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen spazieren. So, Link zum Parkplatz habe ich euch wieder unten in die Videobeschreibung. Heute haben wir mit Luisa aka Lulu, Dana aka mir fehlen alle zehn, Roy aka Madin unterwegs. Das ist die Stimme, die ihr immer hört. Brüder angerufen. Meine Brüder. Meine Schwester nicht, Otto. Das heißt, du bist also eine Kuh. So, wenn die kleinen Kinder spielen hier, let's go. Ich mache die nächste. Hilfe! Hilfe! Verdammt! Da ist so viel Wasser drunter. Wenn wir so weiter machen, komme ich nie an. Okay. Okay. Na, Hallöchen. Ne? So, betreutes Wandern mit meinen besten Freunden, ne? Was ist das geil? Frank, komm bitte. Ich kann mich um jeden verwundern. Hey, was? Mein neun Pollower. Ich kriege heute die 100 frei. Wupp, wupp. Da geht man mit deinen Geschwistern. Ihr seid großartig. Ich liebe euch. Ich küsse euch slowartig. Mehr geht's nicht los. ig. Untertitelung des ZDF, 2020 Da oben ist die Sonne. Irgendwo dahinter. Oh mein Gott, es ist wundervoll hier. Ich habe immer noch eine ewige Narbe von Lappi. Die sind lecker. Die sind echt lecker. Willst du noch mal Schleichwerbung reinhalten? Blutorang zu Sanddorn. Von wem? Oh Gott. Habt ihr gesehen? Total hohl. Jetzt ist ja nicht so ein Bonbon drin. Was lachst du da aus, meine geste Freundin? Lass mir sein Ell wieder weg tätowieren. So schnell. Bein weg tätowieren. Und weg tätowieren, genau. Du kannst auch noch einen egelnden Narbe machen. Lass mich. Schnell weg. Dann halt raus. Oh, es geht schon wieder weiter. Rhinoshield. Schleichwerbung. So, wir sind heute die ersten, die drüber gehen. Nein, die Gans. Schau da. Ah, das klingt herrlich. Knack. Du hättest treffen müssen. 2000 Years later. Mit Martin unterwegs. So, hier bin ich letztes Mal mit der Dana langgekommen. War auch nicht schön nicht hoch. Hallo. Denkt ihr dran, dass es noch ein Gewinnspiel gibt? Link unten in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal rein. Ja. 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 Was sieht man denn deiner Prelle? schade ist kein schwarzes mit dabei wir haben schwarzes schaf gefunden die augen hallo da haben sie sogar schwänzel dran gelassen ihr seid super weiter so auch noch ein schwarzes schaf und ausschwänzel dran gelassen das ist ein geiles wild jetzt ist es noch mal kacken wir haben schon wieder eine eule gefunden so schon wieder eine eule er hat mich gerade noch so aufgefahren und dann sagt er was hast du gemacht jetzt ist voll hingeläbert hallo das ist richtig hart von leute oder noch nicht irgendwann sind wir marathons matatonis matatoni Komm in unser Team Wiener. Komm in unser Team Wiener. Team Wiener. Team Wiener. Wir können übrigens noch einen Ultramarathon mit 100 Kilometern. Wie krank sind die Leute eigentlich? Ja, da hättest du dann gar keine Kinder mehr. Wir werden nur die Kinder nicht weglaufen. Also bei 40 Kilometern, sie haben 40,5 Kilometer verloren. Dann sind wir bei 100 alle 10. Ja. Ach, ein Eichhörnchen. Oh, gut, ein Eichhörnchen. Da hinten ein Baum. Hinter dem Baum. Hinter dem Baum. Hier. Oh, ey, so ein schöner Wirbelswirbel und dann sowas. Wenn Jeste, wenn Jeste mal an Klieren kommt. Genau, wenn die Zombies oder mal an Klieren kommen. Oh. Wie ich wieder atme. Genial. So Leute, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonnieren, die Glocke und hier ein Like und Kommentare drunter senden. Das wird einfach wundervoll. Ihr seid spitze. Geht raus. Genießt die Natur. Bis bald. Guck mal, wer hier steht. Ein Kuhn. Guck mal, wer hier steht. Ein Kuhn. Du hast tolle Augen. So, die Grüße gehen raus an die Amazing Cindy, die mir vor zwei Tagen die Haare gemacht hat. Und wenn man das jetzt wahrscheinlich nicht so sieht, weil ich die Mütze auf hatte. Ansonsten, die Tour ist wundervoll. Kann ich jedem empfehlen. Sehr ruhig. Jetzt sind so extreme Highlights dabei. Aber es ist einfach schön. Und man ist draußen. Also, macht was. Wir haben hier vorne geparkt auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz. Der kostet natürlich nichts. So wie alle meine Parkplätze, die ich unten in die Videobeschreibung reinsemmel. Ihr müsst nur teilweise gucken, ob da zeitlich Beschränkungen ist oder nicht. Haben wir hier nicht. Ja, dann viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hinter den Kulissen der Film, weil es einfach zu viel Material ist. Wollt ihr die totale Muuu? Muuu? Anscheinend nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Nee, ich muss los. Mensch, Kinder! Oh mein Gott, es ist richtig geil hier. Darf ich geil sagen? Ich finde es wundervoll. Leute, es gibt so schöne Schrecken hier bei uns in der Umgebung. Jingle Ball, Jingle Ball, Jingle all the way. Oh, was fun! The history, right? And the one must help and slay, slay, slay. Scheiße. Alter. Sehr hell. Du bist mit dem Kopf nicht dran. Das wäre gut. Nein, das muss ich noch machen. Dann gehe ich mal ein Stück hoch. Dann muss ich noch ein Stück hoch. Okay, du kannst. Nein, du sollst dort stehen bleiben. Ach, ich soll mich gar nicht be... Ah, ich verstehe. Ich will durchs Bild rutschen. Ja, ist okay. Da merkst du ja, der Wurm ist nicht mehr drin. Muss ich den Dreck hier irgendwie aus dem Eisverschluss rauskriegen? Oder sterbe? Ist ganz gut. So, hier ist doch gut Abend. Dann noch bei der Katzenwäsche. Mäaau. So, ich bin sauber. Ich habe nicht endlich. Und jetzt gehen, dann gebe ich los. Nein, oder? Nein. Dein. 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 Steppt er mich hier nach Sibirien mit. Es hat schonisch bessres zu tun.